Ja, Mahlzeit zusammen, da sind wir wieder und die Maus geht mir auf den Sack, zurück bei Dark Souls. Ich scheitere immer noch fröhlich an dem Ziegendämon rum und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde auf keinen Fall aufgeben, das wurde mir auch schon nahegelegt, aber nein, nein, sowas tun wir hier nicht. Aber das ist ja doch dann relativ dröge und monoton, immer dieselbe Strecke zu rennen, hier die nämlich. Deshalb habe ich mir überlegt, wir machen hier quasi mithilfe des modernen Filmtricks eine Collage des Todes. Wir werden einfach, ich werde einfach die ganze Zeit ohne Aufnehmen dahin rennen und jedes Mal, wenn ich vor dem Nebel stehe, drücke ich wieder Aufnahme und ihr werdet jeden Bildschirmtod immer noch mitkriegen. Für all die Schadenfrohen unter euch und hoffentlich am Ende dieser Collage stehe ich als der lachende Sieger da oder schmeiß mein Gamepad an die Wand. Also von daher sehen wir uns vor dem Nebel wieder. Oh ne verdammte Scheiße, da waren mal wieder die Drecksköter. Ach. Ah, das... Ja. Und Feierabend. Oh, die Köder gehen mir aber auch auf die Eier, Junge. Meine Fresse. Ah. Ah. Nein. Ich kann kotzen. Nein. Verdammte Scheiße, noch eins. Ah. Ja, jetzt ist... Ach, Mann, ey. Zum Kotzen. Da verkeilst du dich schon da oben auf der Scheißtreppe, weißt du. Mann. Das ist ja auch schon wieder vorbei. Ja. Feierabend. Ganz toll. Ganz großes Tennis. Vielen lieben Dank. Ist gut jetzt. Ja, und... Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht mal, wovon ich getroffen werde. Verdammte Scheiße. Mann, ey. Ja, das habe ich mir schon jetzt da. Und da ist es schon wieder Feierabend. Ja. Warum auch nicht. Was soll's auch. Wofür sonst mache ich dieses Spiel an? Außer innerlich zu verrecken. Meine Fresse, ey. Mann. Schnell weg. Ja. Toll. Ganz. Ganz. Toll. Wer hat eigentlich dieses Spiel erfunden? Jetzt aber. Ach Gott, was soll's überhaupt. Wofür und über... Ja. Toll. Sensationell. Ich freue mir den Arsch ab. Ich könnte kotzen. Junge, ey. Gut, das hat dann... Das... Ja. Ja. Nee. Ja. Nein. Oh Mann, ey. Brrr. Kotzen. Ja, nee. So nicht jetzt. So. Und so. Nein. Oder doch. Oder oh. Ah. Nee. Das gehört um... Mann, ey. Arschloch. Blödes, was du bist. Passt. Komm, wir gehen. Nein. Nein. Ach Mann, ey. Warum? So. Da sind wir wieder. Vorm Nebel. Äh. Ja. Ich muss sagen. Das ist schon, äh. Ein bisschen lächerlich. Äh. Die ganze Zeit, wo ich hier nicht aufnehme. Ich mähe mich hier durch. Als wenn's keinen Morgen gäb. Äh. Ja. Ich brauch vom Sterben bis hierhin so knappe... Ich hab's gestoppt. Äh. Zwei Minuten, 15 Sekunden. Ohne einmal anhalten, ohne irgendwie HP zu verlieren. Äh. Wohlgemerkt, ich nehme dabei dann nicht auf. Ist ja natürlich klar. Wenn ich aufnehme, dann krieg ich immer voll eins auf die Fresse. Warum auch nicht? Gucken ja bloß, äh. Millionen von Zuschauern zu oder so. Naja. Äh. Ich lerne dabei auch noch dazu, muss ich sagen. Ich hab festgestellt, ich mach hier immer... I show you my... Ich mach immer hier so und dann so, ja, ha, Pieks, Junge. Aber, äh, damit ist noch gar nicht zu Ende. Ich kann nämlich hier so, Pieks und dann nochmal, macht er hier, huha. Junge, damit hab ich grad aber in Sekundenschnelle die beiden Köter hier geschält. Das macht mich zuversichtlich, dass ich das da drin mit den Ködern auch mach. Äh. Ich hab dann in meinen, äh, vielen, vielen Recherchen, die ich bisher betrieben habe, festgestellt. Äh. Ja, die Recherchen waren das Sterben bisher hin. Dass wenn ich auf den Zoo sprinte, quasi als hätte ich überhaupt keine Angst vor dem, was ja gelogen ist, dann, äh, ist am unwahrscheinlichsten, dass der mich trifft. Also, ich muss rein sprinten auf den Zoo und dann mit einem Sprung unter den Stahlträgern durch, quasi. Dann, äh, hat der hier überhaupt keine Schnitte. Dann geben wir nur noch die Köter auf den Sack. Aber ich hab, ungelogen, ich hab das, äh, bei einem der vielen Versuche, wo ich bisher gestorben bin, tatsächlich auch geschafft, da komplett ohne Blessuren bis hoch auf die Treppe zu kommen. Nun ja, wir gehen rein, äh, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und, äh, wir bereiten uns vor, sofort auf den Los zu sprinten. Sprint, 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 springen. So ungefähr. Komm, wir sprinten weiter. Ja, das ist jetzt doof. Du solltest nicht hier hoch. Ich meinst du Hundis. Diese Hunde. Ich weiß nicht, wer diese Hunde erfunden hat. Und diesen Baum. Und nun? Gehen wir mal hier runter. Jetzt, jetzt aber. Komm hoch, Hundi. Komm. Komm, Putt-Putt. Hol den Ball. Hol den Ball. Ja, feiner Junge. So, du auch noch. So, Feierabend mit dir. So, der da hat noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen einen Schluck. Oh, ne, hier oben. Ne, hier oben will ich nicht. Ne. Ja, war klar. Natürlich. Weil er ja auch gefühlt dann quasi eine Reichweite mit den Dingern von 20 Metern hat. Oh, eingesetzt. Ich hab rausgefunden, den da kann ich auch blocken. Aber, äh, das brätzt mir mal gerade so viel von meiner Ausdauer weg, dass ich das eigentlich auch lieber vermeiden möchte. Den von oben geht immer noch nicht. Den da. Den von oben geht nun, komischerweise. Komm, wir gehen wieder runter, Junge. Ich könnte ja mal währenddessen hier so. So. Come at me, Bro. Ne, so nicht. So haben wir nicht. Upsa. Das war Ungeduld. Ungeduld ist mein Feind. Was hast du vor, Junge? Wie gesagt, den können wir blocken, aber springen dann elegant sofort wieder nach unten. Weil auf Dauer, äh, wenn ich da noch einen reingezimmert kriege, dann ist auch wieder vorbei. Uha. Das war knapp. Wir nutzen die Verschnaufpause. Funktioniert schon mal nicht. Kommen wir da runter. Also hier brauchen wir definitiv schon ein bisschen mehr Taktik wie bei den anderen. Wobei, was übertrete ich hier eigentlich? Als wenn ich die anderen mit Leichtigkeit besiegt hätte. Aber ich muss hier nach jedem Treffer auch mal kurz das Schild runternehmen. Was mich natürlich angreifbar macht. Weil sonst ist mir der Ausdauer aber instant vorbei. Dann schmettert er mir wie eben das Schild nach hinten. Und dann meistens auch keine Zeit mehr zum Wegrollen. Nicht sprengen immer. Alles nur nicht sprengen. So ungefähr. Das war... Ja, komm. Nee. Du, nö. Im Prinzip ist die Taktik für den ja easy peasy. Aber an der Umsetzung, da hapert es manchmal. Haha, wusste ich was du vorhast, Jung. Ach, dumm. Ja, dass ich das jetzt gemärscht. Das wollte ich nicht. Komm, hier. Trink noch einen Schluck. Hopp. Ach ja. Komm. Trink noch einen Schluck. Ich glaub's nicht. Ich glaub... Boah, Junge. Muhar. Deine Mutter. Deine Mutter ist ein Ziegendämon. Mein Freund. Ich glaub's nicht. Wir haben's geschafft. Ich glaub... Ich... Imba. Ich bin sowas von awesome, Junge. Anders, da kann ich mir das nicht erklären. Meine Fresse nach einer gefühlten Ewigkeit. Endlich diesen Sausack besiegt. Diese dämliche kleine Nudde. So, was hab ich jetzt gesammelt? Äh, hier auf jeden Fall nix. Ja, was hab ich jetzt eingesammelt? Voll lauter Freuen. Hier. Kann man den eigentlich... Ich will den teabacken, Junge. Ich will ihn teabacken. Ich kann nicht mal teabacken. Ich will aber... Mann, Mann, Mann. Ich hab irgendwas eingesammelt. Ich weiß noch nicht genau, was. Der Nabebel ist weg. Wir gehen erstmal... Ich glaub, ich geh noch mal... Ich glaub, ich geh noch mal ins Lagerfeuer. Ja, wir gehen... Ja, Lagerfeuer ist ein innovativer und sehr guter Plan. Nachdem ich ja nun auch hier... Ne? So, zwei Millionen Mal verreckt bin oder so. Kann man das ruhig mal machen. So, hinauf die Treppe. Ne, hier noch nicht. Doch, hier. Ah, meine Güte. Andersrum ist es so ungewohnt. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ich hab nämlich mal festgestellt, als ich das letzte Mal irgendwo schon mal umgedreht bin und nochmal zurückgelaufen. Bei so einem Bereichswechsel... Da hinten ist die Ratte nämlich wieder. Da respawnen die Gegner nämlich auch. Weil das Spiel sonst denkt, es wäre zu einfach oder so. Komm, schalt auf, Junge. So, jetzt aber. So, umdrehen, weil jetzt müsste eigentlich auch der da reinkommen. Tut er aber nicht. So. Und jetzt... Jetzt falle ich hier runter. Pass mal auf, Junge. Das fährt noch. Guck, da hat er was. Jetzt hat er Dings. Ja, ganz toll. Ganz toll, mein Freund. Immer die Ausschaltung weg. So, wenn man erst den hier... Uh, du bist aber flink, mein Freundchen. So nicht. Ja, du mit deinen scheiß Brandbomben. Was kannst du eigentlich? So. Schatt, hör. Hier war doch, äh... Hier war keiner. Da war noch einer. So. Ich finde, wir können... Also, ich gehe jetzt runter und dann beenden wir erstmal... Wieso sammle ich die Scheiße eigentlich noch ein? Äh, ich finde, wir gehen jetzt, äh... Nachdem wir heroisch... Ja, also quasi... Ja, wie soll ich sagen... Wie der Held vom Erdbeerfeld, den Ziegen, der man besiegt haben... Können wir hier ruhig mal die Folge beenden, denke ich. Ich glaube, das ist, äh... Das ist eine... Wunderbare... Ne? So, was brauchen wir? Ich möchte noch ein bisschen Kondition. Naja, ist schon wieder Feierabend. Ah, bübübü... Bübübübü... Dann kommen wir mal einfach noch eine Stärke da rein. Was soll's? Schwupp. So. Ja, äh... Ich wollte noch gucken, was wir eingesammelt haben. Hier, tu mal... Tu mal die Möhrchen... Ne, da wollte ich nicht hin. Hier. So. Gegenstände anzeigen. Ich habe irgendeinen Schlüssel, habe ich... Ne. Also hier. So. So. Schlüssel, Kellerzelle, Schlüssel... Eben Kerker, des nördlichen Asyls. Ich glaube, der Schlüssel, der Untoten... Untoten Asyl... Ne, dann sind wir auch schon fertig. Äh... Keine. Unser Teil der Stadt der Untoten... Also da irgendwie werde ich wohl den... Irgendwo hier so... Einer von... Ja, genau. Einer von den beiden wird es schon gewesen sein. Was soll's? Ist mir jetzt auch egal. Weil ich habe den Drecksziehendämon besiegt. Und ihr wart live dabei quasi. Darauf zerhau ich im Pott, Junge. So. Äh... Nachdem wir nun wieder neue Kraft geschöpft haben. Und äh... Ja. Endlich mal weitergekommen sind. Wurde ja auch mal Zeit. Hoffe ich. Ihr seid genauso wieder motiviert wie ich. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich... Tschüss. Tschüss.